herzlich willkommen wieder mal auf dem kanal platzencheck und heute zeige ich euch mal die chili wir haben die chili vor sieben tagen also wir haben heute den zehnten neunten wir haben die chili am dritten neunten eingepflanzt und ich zeige euch mal jetzt das resultat wie die chili jetzt nach sieben tagen aussieht und tatsächlich ist die chili rausgekommen die sieht auch ziemlich gesund aus ja dann war es das eigentlich schon mit den kleinen updates von der chili in einer woche also am nächsten samstag an dem siebzehnten neunten wird es ja noch ein update geben zu der chili und ich bin sehr gespannt was in sieben tagen passiert ich mache jetzt kurz ein kleines bild damit man vorher und nachher gut sehen kann und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes restliches wochenende und happy growing ich bin sehr gut Untertitelung des ZDF, 2020